ein guter wie hieß wieder johnny und ja willkommen zu einem video vom ptr neues bild neues glück ja nicht so ganz denn ja also das änderungen kamen das war klar dass diverse nerves oder anpassungen kommen mussten das war auch klar aber das was sie jetzt gemacht haben ist hart und zwar die kurzfassung ist sie haben die ganzen pvp modifier nicht pvp modifier irgendwelche buffs zum beispiel crusader stock 80 prozent mehr damage war natürlich im endeffekt zu viel aber so sachen halt die sind halt alle raus und das gameplay sieht je nach spielweise eigentlich also ich habe keine duelle gemacht weil ich musste ja auch erst mal gucken als hat sich einiges wieder verändert und allerdings zum negativen das kann man gleich schon sagen das problem ist halt die spielweise wenn ich jetzt nur in die puppe ist im prinzip oder sagen wir so die damage verteilung ist fast die gleiche wie vom live server das heißt also unsere holy power generator machen im verhältnis kaum schaden und jessicas vengeance oder final verdict machen einfach den damage das heißt also wir haben eine fähigkeit die macht 30 bis 40 prozent schaden und der rest verteilt sich also je nachdem und so sieht das aus ich kann hier das sind verschiedene spielweisen ich habe diverse sachen probiert muss das gerade mal gucken dass wir auch mit burst hier ist ein bisschen anders aber das 34 prozent mein klar in pvp situation kann es immer so ein bisschen kann sich das ganze ein bisschen angleichen weil man aber nicht dazu kommen die ganze zeit sein und weil wir nicht die ganze zeit kommen unseren finisher zu verwenden wenn wir aber ein bisschen pvn können sieht das so aus und das ist grausam das ist gleich auf dem live server der unterschied ist natürlich wir haben hier richturteil und nummer richturteil das ist das klassische richturteil und das ist die war ein toll wenn man das zusammen addiert sind es auch 13,4 prozent und dann ist das ungefähr hier dann habe ich hier eigentlich ein spell der macht 34 prozent und die anderen beiden zusammen die machen dann 30 und danach fünf blade of justice das verkrüppelt worden das ist nämlich physischer schaden die pup an der puppe macht an einem spieler macht man nicht so viel schaden weil der bonus mit was das 40 prozent bonus der ist weggefallen das ist kein holy das war das konnte man skillen das war glaube ich hier unten das war holy strike der match also muss man gerade gucken seht ihr das der seht ihr noch nicht aber war es noch mal na ist jetzt gerade nicht rüber ist ja auch egal ich habe es jetzt gerade hier offen es sind halt sachen geändert worden das sind die das sind eigentlich nur die pvp also law and order pvp wurde entfernt okay hätten wir eigentlich nur abändern müssen aber gut flashe flight no longer deals increased healing im pvp komment was 15 prozent okay das war jetzt nicht die welt aber 15 prozent ist 15 prozent das zeug halt hat einfach nicht viel feinheit no longer increased no longer deals increased damage pvp komment 10 prozent templos verdict das gleiche blade of justice 20 prozent der match fehlt es ist wie gesagt physischer schaden kann holy strike also holy strike ist holy damage und physischer schaden christianer sagt no longer leads increased damage in pvp komment 80 prozent da hätten wir was ändern müssen aber nicht das entfernen müssen healing hands effektive effectiveness reduced bei 50 prozent was 30 prozent also ich habe wie gesagt keine duelle gemacht aber ich habe in den discords mit level aiden und mit wangerts geschrieben ein bisschen und beziehungsweise auf twitter es ist grausam wangerts sagt sogar auch das ist schlechter alles offen als auf dem live server vor allem auch was die mobility betrifft denn wir haben kein anbauen freedom mehr anbauen freedom ist hier und das ist magie das kann man das werden das sieht man nämlich jetzt hier das heißt und jetzt ist es ja so ist es wenn es auf uns gemacht ist es ist nicht display bar das heißt wir hatten acht sekunden lang keine probleme damit mit roots und slows jetzt haben wir es wir haben also ein freedom das kann ich weiß ich wie es ich weiß jetzt nicht wie viel specks es können aber ich behaupte mal mindestens 50 prozent der specks können magie entfernen und maga ist sowieso die klauen das einfach das ist ja noch schlimmer egal welcher maga und arcan maga ist ja zum beispiel sehr immobil habe ich zumindest gehört wir haben was wir jetzt gewonnen haben ist wir haben hier eine sekunde gewonnen glaube ich wir haben hier eine sekunde gewonnen das war's weil er hat 20 sekunden cool das heißt also wenn man was was geheilt gewonnen ist es genau damit konnte man sich ja auch slows in fenster mit spieler das sind was glaubten acht sekunden acht oder neun sekunden also der cool dann ist deutlich niedriger auf dem live server dass 20 sekunden man kann zwar skillen dass es hier alle zehn sekunden prockt auf dem spiel auf dem ziel wenn das ziel aber weit weg ist 20 meter ist ja genau 20 meter zum beispiel oder 15 dann habe ich nichts davon das heißt also ich muss das hier dann eigentlich aufheben ich kann es auch nicht als filler verwenden gut hätte man sowieso nicht wirklich weil es eigentlich egal ist macht kein der mensch ist ja aber jetzt in 20 sekunden cool dann und geroutet werden kann man trotzdem weil man ist ja nicht immun man ist immuner ging es los dagegen wenn ich mich nicht aber aber man wird befreit aber man kann halt immer noch geroutet werden und ja freedom hilft uns halt dann auch nicht mehr also ich glaube das ist ich glaube wenn man das pferdchen ane ok ist nicht aber das sind halt der match technisch also wie gesagt ihr könnt hier sind nicht mal wenn ihr die zahlen anguckt wie gesagt ihr müsst von diesen zahlen ungefähr 33 prozent also ungefähr ein drittel müsst ihr abziehen klar können die zahlen hoch sind aber auch nur hier mein das ist holy strike der match aber wie gesagt das müsst ihr abziehen und der heal ist auch stark reduziert worden also justicas vengeance ich meine ich mag es immer noch aber es heilt um 6 prozent max life das ist brutal wenig mein ich kann es mal zeigen ich hab es so da sind 26.000 26.000 heal das hat vorher halt so viel geheilt wie es der match gemacht hat klar natürlich das kann sehr viel sein aber ms effekte wer hat denn heute keinen ms effekt unabhängig davon das ist immer noch ein brutaler anteil von unserem leben und das also das justicas vengeance hat halt brutal geholfen zu überleben wie gesagt es ist ja nicht so ich meine ich habe ja duelle aufgenommen ich habe auch schon einige duelle gemacht es ist nicht so dass dass es sinn ergibt die ganze zeit in justicas vengeance zu spammen um sich hoch zu heilen es kommt sehr häufig einfach vor dass ihr die holy power die ihr habt dass sie die für world of glory verwenden müsst weil justicas vengeance halt nicht immer so brutal schaden macht ich meine der damage ist nicht so extrem hoch ich habe im stand im stand habe ich den leuten 100k grids reingehauen mit wings und allem oder auch bisschen mehr aber normal ganz selten da muss da durften sie keine def cds haben dann waren das 70 80 grids vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit ein bisschen lack und waffen brock und so weiter also vz brock aber ansonsten so viel war das nicht wenn das das waren was waren das 40 50k oder 60k hohe grids das sind keine normalen hits gewesen das ist deutlich weniger gewesen und man darf nicht vergessen man kriegt ja von den anderen der menschen rein da gab es gut gescheit reds also der hat der mehrere duelle gemacht ich habe dann einfach mal zugeholt weil ich selber probiert habe die haben gegen loks und loks zum beispiel duelle gemacht ja pustekuchen die haben grad so überlebt und da war da war auch der damage sehr ordentlich das war ein demolog demolog ja das sind so dinge wo ich denke alter schweiler ich habe auch dagegen locken paar duelle gemacht ich habe so verloren aber das also das passt dann halt auch irgendwie ja aktuell okay aber also es macht alles nicht wirklich sind einzige was ich mir vorstellen kann ist dass sie einfach so okay sie machen erstmal alles auf null und fangen dann von vorne an aber auch so komische erinnerungen hier die war ein paar bis zehn prozent rock chance was ist ein zehn prozent zehn prozent ist nix ich raff halt einfach nicht es ist ich meine man kann zwar weglassen aber es ist halt es ist jetzt es ist nur noch nice to have ich überlege halt echt ob ich es einfach wegnehmen und dafür irgendwas anderes nehmen das aber das ist halt auch drei prozent das problem ist halt wann benutzt man es ist alles geil an sich aber wann benutze ich die war ein storm warum drei prozent deshalb auch nicht viel wenn ich jetzt drei prozent mache da halte ich mich ja selber auch so ihr habt es gesehen das heile ich mich eigentlich muss mal gucken drei prozent ach so fehlt ja noch 13k ich spame das nicht warum ist es nicht integriert einfach viel einfacher schade das sind alles sagen ich habe mich eigentlich gefreut darüber es war auch cool gut okay fünf prozent weil es nicht unbedingt wenig aber ist sorry drei prozent das kann ich doch einfach in die fähigkeit reinsetzen dann sind hier in den talent position ein paar sachen geändert blende of justice ist so verkrüppelt worden das macht einfach kein der mensch mehr der dort hier der ist abhängig von der spellpower der dort macht halt einfach nichts der dort macht nichts das sind auf was komm ich nenne zwei drei prozent vom gesamtschaden und nicht pve hier an dieser scheiß verfickten puppe tschuldigung da muss ja dann der damage noch abgezogen werden ultimative talente fangen wir mal an das hier das klingt im ersten moment geil das ding hat aber eine brock schon von fünf prozent ich mein ja tuning wir haben noch zwei wochen zeit auf dem live server kann immer noch was machen aber sorry was ist das das sind ultimative talente das hier und dies und das hier dazu ich zeig euch das mal das war wake of ashes das tickt immer noch lassen wir uns mal austicken das waren jetzt 163k damage das sind im prinzip das sind drei hits und sie ein starker ein schwächerer oder noch schwächerer aber allein die drei hits allein die zwei sind 100k und der 30k und der dort noch 30k wie gesagt ja man muss der match abziehen 33 prozent ungefähr aber trotzdem das sind drei talent punkte dann habe ich wake of ashes einfach schön ausgepowert aufgepowert was passiert hier drüben 15 prozent mehr dort schaden das scheiß egal okay 15 prozent mehr dort schaden ist hier für nice aber letztendlich 15 prozent das ist halt das was erhöht sich das also so viel ist es jetzt nicht aber der punkt weiß ich lohnt sich nicht wirklich aber 28 okay so das heißt wenn wir ziehen gehen ist ja nur der dort schaden nicht vergessen ja wie ich sagt der match abziehen so krieg aus einer noch geht's ritten alle so das waren jetzt 158 k was hat man vorher ja okay da waren die hits vorher höher ja akut der dort hier jetzt hören ja die die hits der eine war 460 ähm das ist okay das hier ist auch so eine sache die weinen storm die weinen hammer und weile machen jetzt strahlend also radiant damage und verursachen 10 prozent mehr schaden und dann das hier ich habe probiert weil hier müssen wir lesen your abilities that deal radiant damage have a chance to bla 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 ich bin hingegangen habe ich das noch drin ich habe nur die weinen storm gespammt und hat alle ich habe alles geskillt dafür war das das nee wo ich halt wo ich die chance wo es ausgebrockt wird ja das war hier irgendwo irgendwo habe ich habe es noch muss es noch drin sein ihr seht ich habe einige hier wir reden ja nicht von 40k nicht knapp 40k dps quatsch wenn ich so normal abspielen mit 50k also das eine hier sieht man es ich habe fünf prox gehabt das ding kann wehtun auch wie gesagt weil es halt radiant damage ist wie gesagt 33 prozent ungefähr abziehen und dann kommt die auf eine andere zahl das sind 2,6 prozent ich habe die weinen storm gespannen wenn ich andere fähigkeiten benutze also ganz normal final verdict oder die justicas vengeance komme ich nicht auf diese zahl ich habe das höchste war der gefühle waren glaube ich mal drei prox gewesen zwei sogar da habe ich mit divine hammer gespielt drei genau justicas vengeance da habe ich ja ganz normal die rota auch gefahren das waren drei also zwischen zwei und drei prox kam das ist nichts ich meine sorry selbst gleißende strahlen was auch nicht so toll ist dass das macht genauso viel der match selbst der prox mit divine storm das waren sieben prox war ja als prox hat mir der match gemacht an einem ziel ja statisch alles klar aber ey was ist das es oder auch das hier das ist finde ich eigentlich ganz nice aber das ist halt diese stapel also 25 also single target holy power genera 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 ne moment ach ähm was war's ich hab jetzt ein bild zum lesen was wirken von heilig schaden verursachenden fähigkeiten ähm ich hab's probiert also ich mein das ist es ist schon ganz okay also man ich man es kommt overall kommt schon einiges rüber so ist es nicht also es ist es kommt schon was rüber wo war es der letzte hier hier war es jetzt weniger also das ding auch wie gesagt ein drittel rund aber das das ist schon ist schon ganz nice weil die 26 die gehen relativ gehen eigentlich aber ähm es ist was für eine ultimative fähigkeit gut was hier wenigstens wichtig der schaden ist kommt das ist konstanter schaden gut da ist noch dort dabei okay ich hab's probiert wirklich einfach nur zeug raus nee dann auch lustig wir haben jetzt hier templerstöße ist jetzt eine zweier kombi ähm ist ganz cool weil der zwei wenn ich äh man hat ähm ich hab drei sekunden also das heißt ich hab hier kommt schaut mal auf das symbol unten es verändert sich so und ihr seht der zweite krittet immer naja also das ist templerstoß templarschlitzer und templarschlitzer krittet immer macht auch ein bisschen mehr damage ist nice es kostet aber mana wenn ich jetzt hingehe ich ja ich schwärm einfach nur durch ich hab's jetzt extra geskillt dass ich zwei aufladungen habe dass ich wirklich das ganze durchsperren kann guckt mal aufs mana ich gehe oben ich denke wo du alter schwede wenn man jetzt hinter die piller muss wenn man jetzt hinter die piller muss leck oder fliege ich raus ja okay wahrscheinlich fliege ich gleich raus anleggt nur ich guck mal da rein es war nur leck ähm nee ich gehe oben ich mein so spammt man das in der regel nicht weil man hat ja noch andere fähigkeiten aber led of justice macht kein der mensch macht kein damage der erste hit hiervon macht so eine zweite ist garantiert ein krit es macht gar keinen sinn blade of justice zu benutzen selbst auch selbst weil es wenn ich skill mit zwei holy pot es macht keinen sinn eigentlich müsste man es weglassen der einzige vorteil ist es halt ein 20 meter spell generiert dann halt zwei holy power man ist ja nicht immer am ziel aber das ding ist halt so schwach wenn das holy damage wäre holy strike damage wieder dann wäre es wahrscheinlich okay okay weil dann ist der damage alles geht durch rüstung und es profitiert von master die master wurde genervt das war im letzten bild schon so ich habe jetzt hier maß wie nur noch sitzt also ein bisschen über baseline aber es wenn halt dann noch mal knapp 18 prozent mehr damage und dann halt geht durch jede rüstung das sind dann auch noch mal 20 prozent mehr dann wäre das ja wieder okay der dort ist für ein arsch das problem ist aber halt man hat nichts wirklich besseres als alternativ also wird man es wahrscheinlich nehmen was ich auch immer noch nicht verstehe ist sie haben hier das trainer vor der gerechtigkeit also in dem fall ist es nur noch eins ein talent punkt das heißt wir verbrauchen eine heiligen macht mehr für uns suspender und dafür machen so 25 prozent mehr der mensch ist halt auch ein grund warum warum hier jetzt habe ich genau den falschen erwischt aber das kommt ja warum wir ein spell haben mal eine ein angriff der hat so brutal viel schaden macht im verhältnis und alles andere halt einfach nichts unheimlich davon dass es genervt haben es macht keinen sinn und es macht auch mit jessicas wenn jetzt mal weniger sinn weil es wurde auch noch um damage genervt es macht mehr damit ich habe jetzt damit noch nicht gespielt aber es wird halt darauf hinaus laufen unheimlich davon dass wir halt hier acht meter und hier 20 meter dadurch dass wir unsere mobility moment verloren eigentlich so mobility ist eigentlich nicht mehr vorhanden weil sobald du benutzt pferdchen du kriegst es slow du benutzt freedom freedom ist weg so ungefähr läuft das du hast keine möglichkeit auch mehr abzuhauen weil das zweite pferd bringt dir nichts weil du hast kein freedom wenn doch ja weg ist es also es ist es ist halt einfach es ist wild es ist sehr sehr wild hier das ist halt also execution senders kann man dispellen ist übrigens mag ist wieder magie debuffs kann man also dispellen das heißt also es macht man kann es nee es ist halt nee es ist dämlich gerade es ist gerade wirklich dämlich es ist auch null nachvollziehbar es ist null nachvollziehbar das hier habe ich glaube ich schon mal angesprochen gehabt es macht hat auch keinen sinn das ist auch ein talent was ich nicht verstehe ist dann funktioniert auch die interaktion mit die weinen hemmer und gewalt der boden funktioniert glaube ich immer noch nicht es sind noch diverse bugs sind alles okay irgendwo aber hier fehlt hat auch noch was hier dafür definitiv talente also nee also es macht halt echt einfach keinen sinn was hat auch keiner versteht ist wo das herkommt dass es richtig total länger hält das sind zwei sich das in drei sekunden kann man auf sechs können für was das hält wie lange hält es 15 sekunden steht das nicht dabei ernsthaft steht dabei warum auch immer aber also blizzard mein das feedback ist schon raus das habe ich auch viele beschwert ist auch nachvollziehbar es gab halt keine gibt keine info drüber was das alles soll ist halt was ich auch nicht so ganz verstehe ist dass ich dafür jetzt zwei talent punkte skill muss vorher war es einer jetzt muss ich zwei skillen gut okay also es sind sachen genauso dass hier ein kreuzfahrer stoß ist halt nichts ne ich hab jetzt nicht probiert ob es mit dem funktioniert also damit funktioniert definitiv das ist immer noch ganz stark weil es macht overall sehr viel damage wenn man am ziel halt ist kurs der das selbst hat ja hat er reichweite acht meter ja melee halt nicht ne ja also blizzard da habt ihr einiges noch zu tun da habt ihr einiges zu tun ich ich bin ziemlich frustriert gestern ich habe glaube ich zwei stunden hier rumprobiert geschrieben und so weiter gelesen es macht also mich frustriert ist sehr sehr viele andere auch wie gesagt selbst wenn jetzt hat geschrieben warum wir sind schlecht ist es schlechter als auf dem live server und von manchen dornos weiß es auch es ist grausam ja also feedback ist raus geht raus ich bin im moment ziemlich frustriert weil das ist halt wirklich das ist ein radikaler kahlschlag das ist radikal ich keiner weiß warum ich sagte meine hoffnung ist eigentlich einfach nur dass dass ich sagen okay wir machen das alles auf null und fangen von vorne an das ist meine hoffnung könnte ich sogar verstehen weil das haben sich ja diverse sachen geändert das wäre sinnvoll wäre dann aber auch sinnvoll wenn man die info dazu hat beziehungsweise ich guck gerade noch mal aber ich meine hier stand nichts drin steht nichts drin da nicht steht nichts drin der hintergrund warum dies das denn jenes ne es ist wie gesagt also es sind so viele sachen überhaupt nicht nachvollziehbar ich müsste jetzt wirklich mal pve probieren aber ich glaube so extrem ja das ein oder einer hat sich wahrscheinlich ich muss mal die ich glaube ich gehe mal die postpuppe und teste das mal ich glaube so ich glaube pve ist fein aber also ich sag meine hoffnung ist einfach nur dass sie da jetzt sagen okay wir setzen das erst mal auf null zurück und fangen von vorne an ich hoffe es ist zwar noch zeit aber so ein radikaler also so ein kahlschlag ist halt schon hart vor allem wenn es keine erklärung dazu gibt und eigentlich und sachen im moment einfach schlechter sind gut also trotzdem diesen vielen vielen dank fürs zuschauen wir sehen es im nächsten video ist in diesem sinne ciao